Nachdem wir gegen Ende der letzten Folge depressiv waren und uns fehlen gesetzt haben, ach nicht, stehen wir erst mal wieder auf. Ach, volle Rüstung hier. Ähm, geht's, huch, nun weit. Holy shit. Äh, geht's nun weiter hier bei Serious Girls Oblivion mit dem DLC, sind nichts aufs... Nein, wir wollen hier mit bald für Ende kommen. Obwohl das jetzt noch nicht so lange lief. Ah, Tabak, dat, dat bom. Verzieh dich, Junge. Okay, ähm, ich möchte mich schon mal im Voraus entschuldigen, dass... Bäh. Dass man von draußen wahrscheinlich so ein paar Kinderquengel und keine Ahnung, was hört oder Straßenlärm. Ich höre es nicht wegen dem Headset, da deswegen bin ich auch zufrieden, das macht mich glücklich und, na. Ähm, aber ihr könntet es hören, ich habe nichts dagegen gemacht. Ich mache natürlich das Fenster zu, es ist ein bisschen warm dafür. So weit gehe ich dann auch nicht. Nachher dehidriere ich hier irgendwie noch, weil... So, da staut sich alles und verstecke ich und dann... ...gebe ich irgendwann ohnmächtig und tot um. Ach, du trägst eine Fackel für mich. Ach, dat viel lebt wieder. Merkwürdig. Ich will auch eine Fackel haben. Halt, halt, stopp. Nein, warte. Nein. So. Warte mal. Ich hoffe, wir haben einen Schmied hier irgendwo. Schön, dass wir uns treffen. Insel lagging. Priorität. Okay. Ja. Hallo? Habe ich nicht gesagt, dass wir uns wiedersehen würden? Hier bin ich. Ehre. Schön. Ich stehe euch. Das... Ja. Da bist du. Blablabla. Weg. Ich kann fast... Einfach alles reparieren hier. Boah, das kostet 740. Boah, seid ihr... Was seid ihr für uhrer Typen? Menschen? Ach, alles reparieren. 412. So. Wir haben fast 2000 Goldstück fürs reparieren verwendet. Schon irgendwie rauchig, ne? Also... Ähm, gut. Hm. Wie ist das? So. Das war doch ne blöde Idee, als ich... Mein Schreibtisch... Gegen dem Fenster hin zu... Also zum Fenster hin zu sagen. Dass ich die ganze Zeit so... Das Licht vom Fenster abbekomme. Genau ins Gesicht. Da kann ich nicht so gut auf dem Bildschirm irgendwas sehen. Wo müssen wir eigentlich... Also hier, oder was? Anapal-Höhe. Anapal. Schattenrast. Da wollen wir hin. Und dann wollen wir in der Dress zu Fuß laufen. Und wir nehmen unsere Schattenstute. Falls sie überhaupt da ist. Wahrscheinlich müssen wir... Müssen wir sie wieder irgendwie... Halt, Schop. Was ist los? Werdet ihr müde? Ach, ne Kui. Ich hab's getötet. Tötet. Nicht du. So. Ja, Fackel wieder auspacken. Und hier lang. Brauchen darf ich nicht. Halt. Okay. Okay. All den Videos erkennt man alles. Deswegen ist es perfekt... Ich hab da meine Probleme. Auch in der Fackel? Ach, ist weg so. Okay, mal gucken. Jetzt brauchen wir eigentlich die Fackel gar nicht mehr. Naja... Machen wir es halt so. Fackel und du. Hört viel besser aus. Ist noch heller. Ra, ra, ra. Was ist eigentlich mein C? Da ist mein C. Also nicht C vor allem Fuß, sondern C auf der Tastatur. Mhm. Das ist C. Nicht ein C. Nein. Wo laufe ich eigentlich? Ich muss da dann. Aaaaah. Verdammt. Ah, Falschbrung. Hämmer, so weit würde ich ausspringen können im Sportunterricht. Au. Nee. Aha. Da hab ich das dicke Stil schlagen. Boah, das ist schon langweilig hier, ne? Boah. Ätzend. Warum hab ich nicht gesagt, ich spiele DLC. Warum hab ich nicht gesagt, ich gehe einfach weiter zu Shivering Isles. Aber selbst das wäre wahrscheinlich langweilig. Jungs, Jungs. Hui. So. Hui. So. Hoppala. Uah. Ah, jetzt werden die hier wieder irgendwo angegriffen und Nebel kommt auf einmal. Was? Mein Gott, Minutau. Fuck. Schaff ich den? Ich weiß nicht. Ach, ich hab ja noch auf Fleisch stehen. Mensch. Nee. Ich Pussy, ey. Da hab ich das Spiel noch auf Fleisch stehen und vergesse es sogar noch. Ich hätte jetzt sagen können, nö, das ist auch schwer. Ich bin einfach so stark und hab's ge- Pfff. Willst du mich eigentlich verarschen? Freundchen. Hier. Die brechen noch einen Horn ab. Ach nee. Da ist ja kein Horn angebrochen. Die sind nur krumm gewachsen. Du Ali. Ali, ne? Hier. Ne? Hojo. Kommt die scheiß Höhle mal? Ach, da ist sie jetzt fast da. Da sehe ich sie nicht. Also, aber irgendwo ist sie auf jeden Fall. Ich spüre sie. Kommt. Suck. Ich spüre sie mal auf meinen Tisch, damit das besser hier funktioniert. Ich habe hier die... ...an under... ...pa-l... ...pa-l... ...pa-l...pupu... ...pipu... ...rein da. Die Höhle gefunden, wo wir hin mussten. Was müssen wir hier machen? Genau das Schwert suchen. Schwert des Kreuzritters. Warum? Weil. Ja. Weil wir es können und so ein Schwert ist doch viel... Besser als nur Streitkolben. Okay, aber was haben wir hier? Eine Festung unter der Erde oder was? Ein Friedhof unter der Erde, das ist ja noch ein bisschen wichtiger. Das sehen wir hier. Ist das nicht schön? Okay, sind wir jetzt durch? Anderpol, was für ein Ding? Ach, da bist du, alter Freund. Da ist er wieder. Der Lothar-Tar. Wo war ich gerade? Was ist geschehen? Was für ein Akatosh? Ah! Licht! Ah, ein Licht! Ich bin gerade nicht gemacht, aber ein Licht. Ah ne, jetzt bin ich wieder zu schwer belastet. Das ist doch... Kacke. 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 Ah, 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 so. Essen, 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 essen. Fertig. Die wiegen ja eigentlich so übelst viel, ne? Das ist auch nicht für mich, aber egal. Ähm, ich weiß zwar nicht, wohin ich muss, aber ich rauf einfach wieder irgendwo herum. Da finde ich schon mein... Oh. Wow. Das nur nicht. Das war ein zu schwerer Gegner. Ich wollte ihn lieber töten. Nachher wär's noch gestorben. Man kann ja nie wissen. Also... Boah. Ich hab schon Panik bekommen, weil das so ein großer Schatten war. Na komm, so und sonst. Lol, was ist das jetzt hier? Ja. Ha, pats, pats. Und... Na. Pfff. Pfff.